Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, sehr geehrte Gäste der Musikschule Rhein-Kreis-Neuss, wir freuen uns über ihr und euer Interesse an unserem klingenden Adventskalender. Und wir freuen uns ganz besonders darüber, dass so viele Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte Beiträge zu diesem Kalender geleistet haben, sodass wir sie als Zugabe mit weiteren Türchen durch die Weihnachtszeit bis zum 6. Januar begleiten können. Danken möchte ich an dieser Stelle ganz besonders Markus Titschneck vom Presseamt des Rhein-Kreis-Neuss, der uns in der Veröffentlichung unterstützt hat. Das Team der Musikschule wünscht Ihnen und Euch frohe Weihnachten und ein glückliches und gesundes neues Jahr 2021. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.